Die Bibel in einem Jahr, Tag 112, die Macht deiner Worte. Der Einfluss Winston Churchills im 20. Jahrhundert ist kaum überzubewerten. Als Meister der Rede und des Schreibens wusste er um die Macht des Wortes. Martin Gilbert, Churchills offizieller Biograf, schrieb das Buch Churchill, die Macht des Wortes. Churchills Worte hatten einen Klang, den englischsprachige Führungspersonen aus Politik und anderen Bereichen seither erfolglos versuchen zu kopieren. Dennoch gilt für uns alle, dass Worte Macht haben. Deine Worte haben Macht. Mit freundlichen, ermutigenden Worten kannst du den Tag einer Person verändern, vielleicht sogar ihr ganzes Leben. Wer Gott dient, dessen Worte sind eine Quelle des Lebens. Hass führt zu Streit, aber Liebe sieht über Fehler hinweg. Ein vernünftiger Mensch findet das richtige Wort. Wer seinen Hass versteckt, ist ein Heuchler, und wer andere hinter ihrem Rücken verleumdet, ist hinterhältig und dumm. Wer viele Worte macht, wird sicher schuldig. Darum hält der Kluge sich zurück. Wer Gott gehorcht, spricht Worte so wertvoll wie reines Silber. Die Gedanken des Gottlosen dagegen sind ohne Wert. Liebe deckt alle Vergehen zu. Deine Worte haben die Macht zu segnen. Die Worte des Gottes Fürchtigen führen zum Leben. Worte können aber auch großen Schaden anrichten. Wer Gott missachtet, zeigt mit jedem Wort seine Hartherzigkeit. Worte haben Macht, Beziehungen zu zerstören. Hass bewirkt Streit. Aber sie haben auch die Macht, Beziehungen zu heilen. Doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Es ist wichtig, dass wir unsere Zunge im Zaum halten. Rede nicht zu viel, denn das führt zu Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Von Abraham Lincoln stammt die Aussage Besser schweigen und als Narr scheinen, als sprechen und jeden Zweifel beseitigen. Im ganzen Abschnitt werden der geschwätzige Mund eines Narren den Worten des Gottesfürchtigen gegenübergestellt. Hass führt zu Streit, aber Liebe sieht über Fehler hinweg. Liebevolle Worte sind ein Quell des Lebens. Sie decken alle Vergehen zu, sind wie kostbares Silber. Wenn dich jemand beleidigt hat, zahl es ihm nicht mit gleicher Münze heim. Es heißt, gegen jemanden einen Groll zu hegen sei, als ob du ihm erlaubtest, mietfrei in deinem Kopf zu wohnen. Begegne Hass mit Liebe. Sprich gut über den anderen, selbst hinter seinem Rücken. Möglicherweise führt deine Liebe dazu, dass die Streitereien ein Ende nehmen und eure Beziehung wieder heil wird. Herr, bitte hilf mir heute, meine Zunge im Zaum zu halten, dass ich nur liebevolle und lebensspendende Worte spreche. Hilf mir, auf alle bösen Worte gegen mich mit Liebe zu antworten. Denkt daran, ihr sollt nicht schon vorher darüber nachgrübeln, wie ihr euch vor Gericht verteidigen könnt. Denn ich selbst werde euch Weisheit geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber haben für immer Bestand. Täglich ging Jesus in den Tempel, um dort zu lehren. Abends verließ er die Stadt und verbrachte die Nächte am Ölberg. Jesus hatte kein Diplom oder irgendeine Ausbildung. Obwohl er die Heiligen Schriften in- und auswendig kannte, hatte er doch nie eine theologische Hochschule besucht. Trotzdem sprach er mit so kraftvollen Worten von Gott, dass er bereits mit Anfang 30 täglich im Tempel lehrte und die Zuhörer in seinen Bann zog. Jesu Worte sind die kraftvollsten Worte, die jemals gesprochen wurden. Jeden Tag ging Jesus in den Tempel, um zu lehren, und abends kehrte er zurück. Jeden Morgen strömten die Menschen scharenweise herbei, um ihn zu hören. Jesu Worte sind ewig. In diesem Abschnitt stellt er seine Worte den vergänglichen Dingen, von denen die Jünger umgeben waren, gegenüber. Jesus prophezeite die Zerstörung des Tempels und Jerusalems. Beides geschah 70 nach Christus. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden für immer bleiben. 2000 Jahre später berühren seine Worte immer mehr Menschen. Was Jesus lehrte, wird von vielen Menschen als die großartigste Lehre aller Zeit anerkannt. Wir haben auf allen Gebieten der Wissenschaft unglaubliche Fortschritte gemacht, und doch ist es in den vergangenen 2000 Jahren niemandem gelungen, die Morallehre von Jesus zu verbessern. Sie ist einfach das Vollkommenste, was jemals formuliert wurde. Es sind die Art Worte, die man von Gott erwartet. Jesus warnt vor irreführenden Worten. Er sagt, Lasst euch nicht täuschen. Viele werden in meinem Namen auftreten, sich als Christus ausgeben und sagen, Die Zeit ist gekommen. Glaubt ihnen nicht. Jesus möchte von uns, dass wir alle Menschen lieben, unsere Nächsten und auch unsere Feinde. Und nun bereitet er uns darauf vor, dass, wenn wir auch alle Menschen lieben sollen, wir doch damit rechnen müssen, von allen gehasst zu werden. Verfolgung gibt dir die Gelegenheit, ihnen von mir zu erzählen. In solch einer Situation aber, macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen, sodass keiner eurer Gegner euch wird widerlegen können. Jesu Worte sind nicht nur an und für sich genommen mächtig, sondern er verspricht auch, dir mächtige Worte in den Mund zu legen. Die Sprache Jesu spricht von Liebe und Beziehung. Sie befasst sich mit deinem Herzen und Gebetsleben. Er sagt, seid wachsam, lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen. Herr, bitte schenke mir in allen Situationen weise Worte. Hilf mir, die Sprache der Liebe und des Gebets zu lernen und in deinem Namen kraftvolle Worte zu sprechen. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Sprich Gottes Worte Joshua ist Moses Nachfolger. Mose wurde als Diener des Herrn beschrieben und Gott spricht auch von Joshua so. Es ist derselbe Titel, den die Propheten, Paulus und Jesus tragen. Heute stehen alle Christen unter diesem Segen, Diener des Herrn genannt zu werden. Aber jeder Segen von Gott ist mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Nimm diese Verantwortung ernst. Joshua soll mit besonderer Sorgfalt auf die Gesetze, die dir mein Diener Mose gab, achten. Er soll ihnen gehorchen, sie auf den Lippen tragen, Tag und Nacht über sie nachdenken und danach handeln. Fülle deine Gedanken mit Gottes Wahrheit. Es wird Auswirkungen auf dein Denken haben. Du wirst Gedanken der Wahrheit, Freiheit, Liebe, des Siegs und Friedens haben. Gott unterstreicht das, indem er auch mit Joshua unmittelbar spricht, ihn mit zwei zentralen Verheißungen ermutigt und stärkt. Da ist zunächst die Verheißung auf den Frieden Gottes. Der Herr, euer Gott, schenkt euch Frieden und gibt euch dieses Land. Frieden oder Ruhe, wie es in anderen Übersetzungen heißt, meint nicht nur, dass du die Füße hochlegst und es dir gemütlich machst, sondern auch, dass du deine Sorgen ablegst und erfüllt bist von dem Gefühl tiefen Friedens und der Sicherheit, weil Jesus ist, wer er ist. Im Hebräerbrief heißt es, Hätte Joshua unsere Vorfahren tatsächlich zum Ort der Ruhe geführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Dieser Tag wurde erst durch Jesus möglich, denn Jesus selbst lud ein, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Die zweite Verheißung ist die von Gottes Gegenwart. Ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Das gibt Kraft und Mut. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Gott sagt nicht, dass wir uns nicht fürchten, wohl aber, dass wir uns von der Furcht nicht lähmen lassen sollen. Lass dich durch Furcht oder Angst nicht deines Segens berauben, den Gott dir schenken möchte. Weiter sagt er, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und wieder erfährst du diese Verheißung heute durch Jesus im Wirken des Heiligen Geistes. Jesu letzte Worte vor seiner Auffahrt in den Himmel lauteten, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Als Joshua sich unter die Autorität von Gottes Wort begibt, bekommen seine eigenen Worte Macht und Autorität. Das Volk antwortet ihm, wir wollen alles tun, was du uns gesagt hast und hingehen, wohin du uns schickst. Wir wollen dir gehorchen, wie wir Mose gehorcht haben. Wenn du Gottes Wort hörst und sprichst, wird dein Wort kraftvoll sein, wie das von Joshua. Für den Fall, dass all dies zu Hypergeistlichkeit oder Selbstgerechtigkeit führen sollte, endet der heutige Abschnitt mit einem wunderbaren Bericht, wie Gott die Hure Rahab für seine Pläne gebrauchte. Es sieht Gott so ähnlich, eine Sünderin und Hure ebenso in Jesus Stammbaum einzubauen wie Glaubenshelden. Das ist ungeheuer ermutigend, damit wir uns von unserer Vergangenheit nicht niederschmettern lassen. Joyce Meyer sagt so schön, wir haben alle eine Vergangenheit. Egal wie schlimm sie auch ist, du kannst sie hinter dir lassen. Gott schenkt dir einen Neuanfang. Er hat große Verwendung für dich und wird dir eine Zukunft schenken. Herr, bitte hilf mir täglich, über dein Wort nachzudenken, es zu halten, danach zu handeln und es anderen in der Kraft des Heiligen Geistes weiterzugeben. Noch ein Gedanke meiner Frau. Joshua 1, Verse 6 bis 9 Diese Verse bedeuten mir viel. Mutig und stark zu sein, ist für mich nicht selbstverständlich. Ich bin körperlich alles andere als stark. In eine schwierige Situation gestellt, ist die Versuchung groß, mich wegzuducken. Mir gefällt, wie Joshua mehrmals ermutigt wird, mutig und stark zu sein. Und das sind die Versuchung groß, mich wegzudecken, ich bin, was ich, es ist,